Pepper-Wutz-Geschichten Lass uns springen! Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oje, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Pepper möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht die besondere Überraschung. Pepper und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen, und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh. Muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Mh, ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Mh, ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Mh, Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Uh, dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Take-away. Jeder liebt chinesisches Take-away. Beinah hatte ich dich. Peppa will unbedingt eine Piñata aufbrechen, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Denn heute lernen Peppa und ihre Spielgruppe mehr über den mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo. Oh Kinder, wir brauchen noch mehr Deko für das Klassenzimmer, damit sich der Raum noch fröhlicher anfühlt. Basteln wir zusammen ein paar Pom-Pum-Blumen. Pom-Pom. Mir gefällt dieses Wort. Pom-Pom-Pom-Pom-Pom-Pom. Drückt den Stängel aus Karton einfach in die Mitte des Klopapierknäuels und voilà! Wow! Miau! Ich krieg die Blume nicht hin. Ich werde dir helfen. Das ist knifflig. Du meine Güte! Alle haben sehr viele Pom-Pom-Blumen gebastelt. Haben wir zu viele gebastelt? Natürlich nicht. Das Klassenzimmer fühlt sich jetzt wirklich besonders fröhlich an. Als nächstes machen wir eine ganz leckere Guacamole. Guacamole? Eine mexikanische Leckerei aus Avocados. Man isst sie mit Karotten oder Gurken oder speziellen Chips, die man Tortillas nennt. Guacamole! 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 Madame Gazelle gibt eine geschälte Avocado, etwas Limettensaft und Salz in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch sehr gut pürieren. Wow! Guacamole! Hat jemand Lust, etwas Guacamole zu probieren? Ja, bitte! Mh, wirklich lecker! Leckere Guacamole! Leckere Guacamole! Wunderbar, Peppa! Den Cinco de Mayo feiert man auch, indem man singt. Leckere Guacamole! Leckere Guacamole! Leckere Guacamole! Und tanzen ist auch besonders wichtig am Cinco de Mayo. Peppa hat die Piñata getroffen und die Süßigkeiten sind alle rausgefallen. Peppa macht ihr erster Cinco de Mayo Spaß. Und ganz besonders viel Spaß hat sie beim Tanzen. Tor! Pedro Pony, Molly Mieze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo Peppa, willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte! Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal! Uh! Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke! Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz alleine spielen. Und zwar gegen alle anderen. Oh, weia! Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Hm. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Äh! 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 Feinal! Hier, bitte, Peppa! Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Auf! Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh! Squeak! Hm. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Schieß! Schieß! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen? Aber ich nicht. Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Ja! Äh! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Äh! Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff! Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ja! Ich mach das! An mir kommt ihr nicht vorbei! Ja! Wann kriegst du? Tor! Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft! Das stimmt! Ihr alle bekommt den Pokal! Hurra! Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu! Ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh! 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 Wir sind fast im Weltraum. Zieh auch. Zieh auch. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Zieh tief. Viel. Zieh tief. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo. Habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh, ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nö, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an. Die Linien. Die exakte Darstellung. Unglaublich gut. Fantastisch. Hurra, wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sag dich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nen freue ich mich schon auf den Rückflug. Handspiel. Das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mömmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle hersehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Sie laufen zu schnell. Du schaukelst zu hoch. Dein Eis hier schmeißt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Moulet halten sich nicht an die Regeln. Oh! Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups. Papa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tchuu, tchuu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja? Nein, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich. Warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllorn. Fö, Fö, Föho, was? Das klingt albern. Ein Füllorn. Das ist ein ornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Erbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Irr. Danke. Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllörner sie sogar von allein nachfüllen. Oh, fühlt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Puff. Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox. Dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Füllörn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füll... Füll... Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen. Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir. Jetzt ist es sicher. Oh, hallo Papa. Hallo Pepper. Hallo Spielgruppe. Hallo Papa Wutz. Oh, es ist grün. Na dann, bis später Pepper. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Pepper und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, 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 nein. Emily, du musst auf deiner Straße sein zu bleiben. Tut mir leid, Pepper. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänge. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Pepper. Das war doch gar nichts. Moment mal. Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein. Mir gefallen nur Streifen. Oh. Also bist du kein Räuber? Nein. Oh. Dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay. Tschüss, Pepper. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran, zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Pepper liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Oh nein. Meine Pokartorte. Das tut mir sehr leid, Mama Wutz. Schon gut. Wir müssen nur eine neue machen. Aber das Match fängt schon in zehn Minuten an. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Auf zum Supermarkt. Also gut. Wer will Fußball spielen? Ja. Wir haben nicht viel Zeit, also müssen wir uns aufteilen. Pepper, du und ich übernehmen die Biskuit-Torten. Hurra. Oma Wutz, du und Mandy Maus, ihr übernehmt die Glasur. Pieps. Und Papa Wutz, du und Schorsch kümmert euch um die Streusel. Streusel. Legen wir los. Legen wir los. Ziel auf die obere Ecke. Da, in der oberen Ecke. Versenk den Ball im Tor. Ha. Oh. Jeje. Jeje. Gut so. Leg sie in den Korb. Hurra. Ich pariere drei Schüsse gleichzeitig. Ha. Oh. Oh. Wir brauchen drei Biskuit-Torten, Pepper. Wow. Puh. Gut gemacht, Team. Wir haben alle Zutaten. Gehen wir jetzt nach Hause und machen die Torte. Alle helfen eifrig dabei, die neue Torte zu machen. Ah. Ja. Ja. Oh. Wie viele Tore waren das? Einhundert? Oder einhundert und eins? Wir haben eine neue Torte. Hurra. Hurra. Genau rechtzeitig. Das Match fängt gleich an. Ja. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen. Nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife da rauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Hm. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ach. Hm. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Pepper. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra. Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Pepper zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Heute ist Sportfest in Peppers Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie. Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra. Du bist so schnell. Quik. Oh nein, ich habe verloren. Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen. Wuff. Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Pepper. Quik, schneller. Pepper fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Pepper. Lass das Ei nicht runterfallen. Okay. Lauf langsamer, Klausi. Häh? Aber lauf nicht zu langsam. Langsamer. Schneller. Langsamer. Jetzt schneller. Lauf langsamer. Oh nein. Puh. 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 Gut gemacht. Wir haben gewonnen. Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Wir haben verloren. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Platz, Platz. Peppa und Schorsch helfen heute bei der Zubereitung des Weihnachtsessens. Sie lassen für das Gemüse ein Bad ein. Ja, es braucht Badespielzeug. Viel Spaß damit, Gemüse. Das hatte ich nicht gemeint, als ich sagte, wasch das Gemüse. Ich habe die Kartoffeln fertig gekocht. Willst du sie zusammen mit Schorsch stampfen? Ja, ja. Kartoffeln. Nicht mit euren Händen, sondern damit. Okay, Papa. Nun, was ist jetzt dran, Mama Wutz? Fertig. Oh, das war flott. Ihr habt aus den Kartoffeln ein Iglu gemacht. Wie lustig. Wollt ihr mir mit der Kuchenglasur helfen? Ja, bitte. Geben wir etwas grüne Glasur darauf und machen ein paar Kleckse mit weißer Glasur. Sieht es aus wie ein Mistelzweig. Mistelzweig. Hurra. Wir sind dran. Wir sind dran. Bitte sehr, Peppa. Du machst die Blätter und Schorsch, du machst die... Oh. Oh. So in etwa? Naja, nicht ganz, aber das macht viel mehr Spaß als Mistelzweige. Es sieht aus wie ein Schneemann. Schneemann. Oma und Opa Wutz kommen zum Weihnachtsessen vorbei. Frohe Weihnachten, Aller. Oh. Oh je. Peppa und Schorschs Weihnachtsessen sieht schlimmer aus, als Oma Wutz erwartet hat. Peppa und Schorsch haben uns mit dem Weihnachtsessen geholfen. Normalerweise machen wir es ganz anders. Oh. Ja, aber so macht es mehr Spaß. Peppa und ihre Familie genießen zusammen das Weihnachtsessen. Oh. 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 Sie lachen viel. Und erfinden neue lustige Traditionen. Frohe Weihnachten, Allerseits. Frohe Weihnachten. Das ist so schwammelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Aha. Das ist eine Banane. Wieder richtig. Oh. Oh. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh. Es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra. Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch zwei finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Pinatas. In ihrem Inneren befinden sie tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Auf. Hurra. Sie ist voller Schnee. Meine auch. Äh. Äh. Oh. Hurra. Ich hab's geschafft. Der zweite Schlüssel. Jetzt wählt nur noch einer. Hurra. Ich liebe das Spiel, übergibt das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra. Peppa und ihre Freunde haben alle drei Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Wow. Wow. Weihnachtskekse. Lecker. Du hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Hurra. Schnapp. Oh. Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Ich liebe es, Schnipp-Schnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnipp-Schnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Schnipp-Schnapp. Ich hab's. Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu. Schlangen und Leitern. Aber ich hätte gewonnen. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde gewinnen. Oh. Zwei Felder. Jetzt darf ich die Leiter hochgehen. Ich stehe direkt vor der Ziellinie. Jetzt bist du dran, Luisa. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen. Los. Ja. Ja. Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papageispiel. Ich liebe das Papageispiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab's. Spielen wir lieber wieder Snipp-Snapp. Hä? Snapp. Schlangen und Leitern. Pepper und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Das Spiel. Ppton. Ja. 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 Oh. Ja. Ja. Aber wer hat gewonnen? Ich denke, wir haben alle gewonnen. Du meine Güte. Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Es ist Heiligabend. Papa Wutz legt den Christbaum auf das Autodach, damit er zu Hause geschmückt werden kann. Peppa hilft ihm dabei. Der ist für dich, Peppa. Wir haben hier all den neuen Weihnachtsschmuck. Zögelchen. Perfekt. Fahren wir nach Hause. Hurra. Alle freuen sich schon darauf, den Baum zu schmücken. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt. Es ist jetzt höchste Zeit. Wieso halten wir an, Papa? Ich weiß nicht, ob wir mit diesem Baum durch den Tunnel passen. Versuchen wir es. Fahr einfach langsam. Es schneit. Oh nein. Teile vom Baum fallen runter. Dann müssen wir wohl den langen Weg nehmen. Wir wünschen vor Weihnacht. Wir wünschen vor Weihnacht. Wir wünschen vor Weihnacht und ein glückliches Jahr. Warum häupert denn das Auto? Die Bäume am Straßenrand stoßen mit unserem Baum zusammen. Oh nein. Nehmen wir besser diese Straße hier ohne Bäume. Diese Straße hat keine Bäume. Aber nun ist der Christbaum dem Wind ausgesetzt. Die Tannennadeln müssen auf der Fahrt abgefallen sein. Wir brauchen aber einen Christbaum. Rügelchen. Schorsch hat Peppa auf eine Idee gebracht. Wir können den Baum ja weihnachtlich schmücken. Und dabei jede Menge Spaß zusammen haben. Das ist eine super Idee. Peppa und ihre Familie beginnen, ihren neuen, etwas eigenartigen Christbaum zu schmücken. Hurra. Er sieht hübsch aus. Dieser Vogel findet den Christbaum auch sehr hübsch. Vögelchen. Wunderbar, Peppa. So können auch die Vögel Weihnachten feiern. Die Vögel lieben ihren neuen Christbaum. Alle lieben den neuen Christbaum. Ho, ho, ho. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Oh, mir ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller, kaltem Schnee. Wui. Hallo, Papa. Peppa, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schnee-Monster. Schnee-Monster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch fünf Minuten spielen? Bitte. Also gut, noch fünf Minuten. Ja. Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schnee-Monster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht. Ja. Ja. Mich wirst du nie treffen, Peppa. Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schnee-Monster. Schnell, verstecken wir uns. Ach, hei. Verstecken wir uns hier. Puh. Das Schnee-Monster wird uns hier nicht finden. Oh. Ah. Das Schnee-Monster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schnee-Monster. Es ist Papa Wutz. Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schnee-Monster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille. Ihre Brille. Hurra. Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schnee-Monster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schnee-Monster mögen heiße Schokolade. Ha, 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 ha. Ich mache jetzt ein Schläfchen, damit ich beim Feuerwerk hellwach bin. Schorsch braucht wohl auch ein Schläfchen. Legst du dich auch hin, Peppa? Nein, Mama. Wir sind groß. Also werden wir aufbleiben. Bis Mitternacht. Kommt, gehen wir in mein Zimmer spielen. Was ist das für ein Geräusch? Wach auf, Peppa. Du bist eingeschlafen. Nein, bin ich nicht. Ich bin schon groß und brauche kein Schläfchen. Was können wir tun, um wach zu bleiben? Ähm. Oh, erschrecken wir uns gegenseitig. Dann bleiben wir sicher hellwach. Versuchen wir es. Wach. Ich weiß, was uns wachhalten wird. Verstecken spielen. Ich werde suchen. Eins, zwei, drei. Achtung, ich komm. Oh. Hab ich. Habe dich. Ich schlafe gar nicht. Habe dich, Peppa. Habe dich, Peppa. Hat dich, Peppa. Ich habe nicht geschlafen. Oh. Peppa und ihre Freunde suchen nach einem anderen Weg, um wach zu bleiben. Mee. Essen wir eine Kleinigkeit. Die sind lecker. Jetzt bin ich aber voll. Ich bin gar nicht mehr müde. Emily. Wach auf. Emily. Wach auf. Wach auf. Es ist fast Mitternacht. Wir hätten es fast verpasst. Ihr hättet ein Schläfchen machen sollen, wie wir. Es ist Zeit für das Feuerwerk. Feuerwerk. Fünf. Fünf. Peppa liebt es, zu Silvester lange aufzubleiben. Zwei. Eins. Vollzeit. Jeder liebt es, zu Silvester lange aufzubleiben. Boing, 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 boing. Emily Elefant hüpft auf einem Hüpfball herum. Warum hüpfst du denn im Sandkasten herum, Emily? Weil das mein neues Vorsatz ist. Was ist das? Die Absicht, etwas ein ganzes Jahr lang zu machen. Ich werde herumhüpfen. Boing, boing. Ich hätte auch gern einen Neujahrsvorsatz. Peppa und ihre Freunde beschließen nun ihre eigenen Neujahrsvorsätze. Ich werde eine Million Tore schießen. Wuff, wuff. Eins. Zwei. Ich werde in einer Sprache sprechen, die keiner versteht. Bing, bop, bly, 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 bop, bop. Ich gebe mich als Tiger aus. Rha, 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 rha. Ich denke, mein Neujahrsvorsatz wird sein, in Schlammpfersen herumzuhüpfen. Ich muss nur erst welche finden. Sechs, eins, neun, vier. Klausi Kleff bringt die Zahlen durcheinander und wird langsam richtig müde. Molly Mietzes Gebrüll hat Emily Elefant erschreckt. Emily Elefant hat ihren Hüpfball verloren. Wo seid ihr nur Schlampfützen? Peppa findet keine einzige Schlampfütze. Siehst du irgendwo Schlampfützen, Luzi? Nein, leider nicht. Ich meine Schlammi, Schlammi, Pfützi, Pfutzi. Alle tun sich ziemlich schwer mit ihren Neujahrsvorsätzen. Was soll denn das hier werden? Das sind unsere Neujahrsvorsätzen. Elfzig, zwölf. Mein Vorsatz ist, in Schlampfützen zu hüpfen. Aber ich finde keine. Bei Neujahrsvorsätzen geht es nicht um Absichten wie diese hier. Wirklich nicht? Nein, man nimmt sich schöne Dinge für das neue Jahr vor. Dinge wie beim Abwasch zu helfen. Oder euer Zimmer aufräumen. Puh, das klingt viel einfacher als eine Million Tore zu schießen. Puh, das ist deine Meinung. 101, 102, 103. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann, schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch. Aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß. Aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lamentet, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielsock vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Oh. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst. Und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch hab ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Wee! Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle Peppa, heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich. Hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh, ja. Ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachten. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh, ja, bitte. Oh, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch, wieder in der Spielgruppe zu sein. Alle kommen liebend gern zur Spielgruppe zu. Hopp ein. Der hier ist groß. Oma Wutz hat Peppa und Schorsch darum gebeten, fürs Mittagessen nach Obst und Gemüse zu suchen. Als erstes brauchen wir eine Obstsorte, die grün oder rot sein kann. Was, glaubt ihr, könnte das sein? Hm. Oh. Schorsch, wir haben keine Zeit, etwas zu essen. Wir müssen fürs Mittagessen Obst finden. Oh. Ein Apfel. Die können rot oder grün sein. Als nächstes auf der Liste suchen wir nach einem langen Gemüse, das schön orange und richtig knackig ist. Ich weiß, Luisa Löffel bringt immer Karotten mit in die Spielgruppe. Die sind lang und orange und knackig. Opa, wo sind die Karottenbäume? Ha, 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 ha. Es wächst nicht alles auf Bäumen. Manche Gemüsesotten wachsen nämlich im Boden. Ich helfe dir, Schorsch. Oh. 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 Ich Orangen anbaue. Falls es hier Orangen gibt, werden Schorsch und ich sie finden, Opa. Peppa und Schorsch suchen überall nach einer Orange. Orange! Das hat die richtige Farbe, aber es ist nicht das, wonach wir suchen. Orangen sind rund, Schorsch. Sie können aber nirgendwo eine finden. Wir haben sie! Das hat die richtige Farbe und es ist auch rund. Aber das ist ein Kürbis. Orangen! Wo hast du diese Orangen her, Oma? Wir suchten überall. Aus dem Supermarkt natürlich. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt! Supermarkt! Ist das ein Roboter? Nein, Peppa. Das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er! Hurra! Sehr lecker! Dinosaurier! Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurier-Form entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier! Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Wutz' Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschobst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh nein. Mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wäre lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh. Der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Oh. Peppa und Luzi-Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa. Oh. Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Naja, weil heute ist Rückwärts-Tag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa und Luzi-Locke spielen im Garten fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich. Du kriegst mich nicht. Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Ich komme. Ich hab's. Lass uns rückwärts im Park spielen. Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Peppa und Luzi-Locke rückwärts laufen. Guten Morgen. Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärts-Tag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärts-Tag? Dann suche ich besser meine Rückwärts-Bohrer. Peppa und Luzi-Locke spielen am Rückwärts-Tag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Wer von euch hätte gern ein Eis? Obst, wir meinen... Nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärts-Tag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärts-Tag ist jetzt wohl vorbei. Peppa und Luzi-Locke hatten Spaß am Rückwärts-Tag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid. Der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat recht. Hurra! Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich wackel, 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 wackel. So hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Quack, 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 quack. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte. Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß, machen wir die Pizzas herzförmig. Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell. Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen. Dinosaurier. Dinosaurier. Ein Spaghetti-Dinosaurier. Danke, Peppa und Schorsch. Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Hey, hey. Heute ist Valentinstag. Papa Wutz liebt den Valentinstag. Fantastisch. Wir brauchen viel Dekoration für Mama Wutz große Überraschung. Welche große Überraschung? Wir bereiten Mama Wutz eine große Valentinstagsüberraschung, wenn sie nachher nach Hause kommt. Valentinst. Valentinst. Wir fangen sofort damit an. Hurra. Peppa und Schorsch macht das Basteln der Valentinstagsdekorationen Spaß. Und Papa Wutz hat Spaß dabei, die Dekorationen aufzuhängen. Papa Wutz ist aber nicht vorsichtig. Und tada. Tada. Perfekt. Nun, als nächstes. Vielleicht sollten wir aufräumen. Oh, machen wir zuerst Valentinstagspfannkuchen. Peppa, Schorsch und Papa Wutz machen leckere, herzförmige Pfannkuchen. Jetzt kommt der lustige Teil, das Quirlen. Das macht Spaß. Peppa macht das Quirlen Spaß. Es macht ihr einen Riesenspaß. Oh je. Vorsicht, wenn ihr zu viel kleckert, bleibt zu wenig Teig über für die Valentinstagspfannkuchen. Valentinstagspfannkuchen. Wundervoll. Jetzt sollten wir aber aufräumen. Was hältst du von einer Valentinstagspfannkarte, Papa? Papa Wutz überlegt, ob er eine Karte schreiben oder aufräumen soll. Schnell jetzt. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz mit der Valentinstkarte. Aber Mama Wutz ist schon fast zu Hause. Und fertig. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir noch schnell aufräumen, bevor... Was ist denn hier los? Schönen Valentinstag. Hier ist eine Karte für dich. Und Pfannkuchen. Was für eine nette Überraschung. Vielen Dank euch allen. Nach unserer Arbeit herrscht hier Unordnung. Aber unsere letzte Valentinstüberraschung ist, dass wir aufräumen. Nicht wahr? Mama Wutz liebt ihre Valentinstüberraschung. Peppa, Schorsch und Papa Wutz haben sie gerne überrascht und danach auch gerne aufgeräumt. Langer Pass, Peppa! Peppa und ihre Spielgruppe lernen heute, wie man American Football spielt. Dieses Ei springt wirklich ganz wild herum. Ho, ho, ho. Das hier ist kein Ei. Das ist ein Football. Nein, Bälle sind rund. Und man wirft sie nicht, man kickt sie. Das ist ein spezieller Ball aus Amerika. Diese Football sind eiförmig. Uh. Und sie werden meistens geworfen. Hm. Lustiger Ei-Ball. Ei-Ball, Ei-Ball, Ei-Ball. Uh. Peppa und ihre Spielgruppe tragen die American Football Spielkleidung. Die Spielkleidung steht euch gut. Vor allem dir, Pedro. Jede Mannschaft braucht ein Maskottchen. Kicker, Kicker, Kicker. Jetzt seid ihr bereit, um American Football zu spielen. Ähm, ich meine Ei-Ball. Ei-Ball. Oh. Um Punkte zu gewinnen beim, äh, Ei-Ball, muss man den Ball wirklich sehr gut fangen können. Haben. Ja. Hab ihn. Oh. 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 Hm. Man kann auch Punkte erzielen, indem man den Ball durch hohe Torstangen kickt, wie diese hier. Oh. Peppa, willst du den Ball durch die Torstangen kicken? Kicken? So wie einen Fußball? Das kann ich gut. Oh. Hm. Ei-Ball spielen macht mir viel weniger Spaß als Fußball spielen. Luzi, versuchst du es mal? Ja. Mach. Hä, 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 oh. Oh, oh, meh. Oh. Hm, 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 oh. Äh, ah, ah. Oh. Oh. Wow. Peppa hat den Ball gefangen und bekommt dafür einen Punkt. Ich hab's geschafft. Und nun zum besten Teil beim American Football. Oh, ich meine, Eiball. Wenn man einen Punkt erzielt, tanzt man herum. Peppa und ihre Freunde lieben Eiball. Alle lieben Eiball. Eiball, Eiball, Eiball. Wow. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in ein Insektenmuseum. Folgt mir bitte alle. Oh, Pieps. Insekten. Das hier ist der Ameisenraum. Man kann hier sogar ein paar große Roboterameisen bestaunen. Keine Sorge, die Ameise ist nicht echt. Es ist ein großer Roboter. Oh, ich liebe Roboter. Ameisen arbeiten im Team, um ihrer Königin Nahrung zu bringen. Wollt ihr auch mal eine Ameise sein? Darf ich die Königin sein? Ja. Hurra. Peppas Freunde treten gegen die Ameisen an. Sie müssen das Blatt zur Königin Peppa bringen. Ja. Jo. Das habt ihr toll gemacht. Ihr wart ein Team. So wie die Ameisen. In diesem Raum dreht sich alles um Bienen. Man kann sich hier sogar Bienenkostüme anziehen. Ihr seht fantastisch aus. Findet ihr den Weg durch den Bienenstock, so wie richtige Bienen? Drum, drum. Dann los. Jeder liebt es, eine Biene zu sein. Aber der Bienenstock ist sehr verwirrend. Sie wissen nicht weiter. Bienen folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Wir können doch auch der Sonne folgen. Alle folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Genauso wie richtige Bienen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Im letzten Raum befindet sich etwas ganz Besonderes. Pieps. Das ist so hübsch. Aber niemand weiß, was es ist. Da drin ist etwas ganz Buntes. Ist es ein Papagei? Es hat große Flügel. Oder ein Drache? Und es war vorher eine Raupe. Es ist ein... Schmetterling! Peppa und ihre Freunde lieben es, so viel über verschiedene Insekten zu lernen. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Oh! Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Äh! Hihi! Molly Mieze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Äh! Ah! Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Ja! Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Ja! Hm? 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 Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr Eis werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alli, hopp! Oh! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Orange! Gelb! Grün! Blau! Ach! Ich hab' den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Ich hab' den Regenbogenpfannkuchen. Ich hab' den Regenbogenpfannkuchen. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Oh! Aber es ist ein super Trampoli! Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Peppa kommt in der Spielgruppe an. Hallo, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Du kommst gerade rechtzeitig für ein besonderes Spiel. Madame Gazelle hat den Raum in vier Farben aufgeteilt. Rot, Blau, Grün und Gelb. Du kannst zum grünen Team dazugehen, Peppa. Ihr ist ein Leibchen. Et voilà! Nun, in diesem Spiel gebe ich euch eine Kategorie. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Gruppe von Dingen. Ich nenne eine Kategorie und ihr müsst dann etwas finden, das in eurer Farbe ist. Also, wenn ich Essen sage... Dann müssen wir Lebensmittel finden. Nun, das war zwar nur ein Beispiel, aber... Na gut, fangen wir an. Jeder ist total begeistert, das Spiel zu spielen. Bananen! Die sind besonders gelb. Tomaten sind rot. Luzi Lockes blaues Essen ist eine Blaubeere. Nichts ist blauer als eine Blaubeere. Dieses Blatt ist grün. Leider ist dieses Blatt aber kein Nahrungsmittel. Du kannst dieses Blatt nicht essen. Aber eine Raupe schon. Oh. Gut gemacht. Nun, ich denke, die nächste Kategorie ist Spielzeuge. Aber ich sehe kurz auf meiner Liste nach. Äh, ich habe sie verloren. Jeder in der Spielgruppe liebt es, Spielzeuge zu finden. Das war zu einfach. Ich weiß eine andere Kategorie. Was für eine? Einfach alles. Oh. Madame Gazelle braucht sehr lange, um ihre Liste zu finden. Ab sieh. So, jetzt können wir weiter. Oh, meine Güte. Das Spiel ist vorbei, Madame Gazelle. Wir haben alles in diesem Raum gefunden. Määh. Nun, in diesem Fall spielen wir jetzt ein neues Spiel. Es heißt, alles wieder schön wegräumen. Häh? Hurra. Ich bin eine Hexe. Peppa, Luzi Locke, Klausi Kleff und Freddy Fuchs verkleiden sich alle für ein Spiel. Ich spiele eine tapfere Ritterin. Ich werde ein Zauberer sein. Ich verkleide mich als Fußballer. Hurra. Jetzt kann unsere Abenteuerreise beginnen. Peppa stellt sich vor, dass Schorsch ein Kobold ist. Tun wir so, als ob wir Teddy vor diesem Kobold retten müssten. Ja. Das ist Schorsch, Peppa. Wir tun doch nur so, Freddy. Alle mir nach. Schaut, da ist der Kobold. Und Teddy. Papa Wutz schläft tief und fest. Tun wir so, als wäre Papa ein schlafender Drache. Sch. Und stellen wir uns vor, das Wohnzimmer ist eine Höhle. Folgt mir. Wir müssen leise sein. Sonst wecken wir den Drachen auf. Versteck dich schnell. Meine Güte, ich muss eingenickt sein. Jetzt müssen wir alle Teddy aus diesem großen Schloss retten. Setzen wir Maggi ein, um Teddy zu retten. Ich benutze auch meinen Fußball. Hallo, kleiner Kobold. Wir sind hier, um Teddy zu retten. Schorsch will kein Kobold mehr sein. Oh, willst du uns lieber dabei helfen, Teddy zu retten? Aber wenn Schorsch gar kein Kobold ist, wer hat denn dann Teddy? Dinosaurier. Jetzt stellen sich alle vor, dass der Dinosaurier Teddy entführt hat. Teddy wurde gerettet. Und zwar von der Hexe, dem Zauberer, der tapferen Ritterin, dem Fußballer und Schorsch, der kein Kobold ist. Heute spielen alle zusammen in Peppers Garten. Emily Elefant ist in einer großen Schlampfütze hingefallen. Monster! Nein, Monster gibt es gar nicht. Es ist ein... Igel! Wow! Der Igel ist auch in der Schlampfütze ausgerutscht. Keine Sorge, wir helfen dir da raus. Wow! Der Igel ist jetzt eine stachelige Kugel. Aber Edmund hat eine Idee. Wir müssen einen Erwachsenen zur Hilfe holen, weil der Igel verwirrt und stachelig ist. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ja! Mama Wutz! Papa Wutz! Mama Wutz hilft allen aus der Schlampfütze heraus. Und Papa Wutz hilft dem Igel heraus. Seine dicken Handschuhe beschützen ihn vor den spitzen Stacheln des Igels. Wir können den Igel hier hineintun. Da drin ist auch eine Decke, damit es angenehm warm ist. Deckchen! Wundervoll! Wundervoll! Aufgepasst! Igel können ein kleines bisschen stachelig sein. Hurra! Ich nenne dich Stachel! Ja! Stachel! Dr. Hamster ist vorbeigekommen, um zu sehen, ob Stachel gesund und munter ist. Es war sehr klug von euch, mich um Hilfe zu bitten. Hurra! Hurra! Stachel hat sich wieder zusammengerollt. Wieso macht Stachel sowas, Dr. Hamster? Igel rollen sich zusammen, wenn sie Angst haben, damit sie in Sicherheit sind. Oh, also hat Stachel Angst? Es ist hier nur etwas laut. Das ist alles. Wenn wir alle leise sind und Stachel ein Stück Amsel geben, entspannt ihn das vielleicht. Peppa und Emily Elefant haben mehr als nur ein Apfelstück gefunden. Hurra! Genau, er braucht nur Futter und Ruhe. Wir könnten Stachel später im Garten freilassen, wenn die Sonne untergeht. Und wieso nicht jetzt schon? Igel sind nachtaktiv. Das heißt, dass sie nachts die Gegend erkunden und dann tagsüber schlafen. Aha! Ich bin ein Besserwisser, weißt du? Oh, tut mir leid, Stachel. Die Sonne geht unter. Und für Stachel ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wo wohnen denn die Igel, Dr. Hamster? Wo? In Hetten natürlich. Tschüss, Stachel. Besuch uns doch bitte bald wieder. Alle haben die Zeit mit Stachel genossen. Und alle sind froh, dass Stachel wieder sicher nach Hause kommt. Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Wutz Garten. Haha! Gesundheit, Peppa! Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh! Danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa! Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen könntest du ihr Angst machen. Und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja! Daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen. Und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh! Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich. Und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal! Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Äh... Tada! Ich meine... Summsums! Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja! Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 Summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser. Wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Mh, das ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie so viel Gutes tun. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schorschwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott. Na klar, bitteschön. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Verstehe. Dann verlieren wir keine Zeit. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Ja, das tun alle Babys manchmal. Da muss ich mit Schorschwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh, sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Hm, ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Oh, super. Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Oh, aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau ihr. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Mäh, ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Fütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlampfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmaleroy dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon, so viel ihr wollt, auf diese Leinwand. Gut, so Kinder, seid schlampisch, habt Spaß, aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön, ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha, gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Peppa gefällt der schöne Stern. Und Peppa liebt den Mal- und Basteltag. Peppa Wutzgeschichten. Peppa und ihre Familie sind heute ins Museum gegangen. Guck, Schorsch, dieser Dinosaurier hat eine Schwester. Und eine Mama. Und einen Papa. Das ist eine ganze Familie von Dinosauriern. Peppa liebt das Museum, aber es schließt jetzt. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Ich will aber noch nicht gehen. Wir müssen nicht gehen, Peppa. Denn heute übernachten wir alle zusammen im Museum. Ja! Oh, was wollen wir heute Abend als erstes machen? Haben wir doch ein Festessen! Oh! Jam, jam. Lasst es euch schmecken. Oh! Oh! Diese Orange ist ziemlich hart. Das ganze Essen auf dem langen Tisch ist aus Plastik. Was machen wir als nächstes, Peppa? Peppa? Mama Wutz weiß nicht, wo Peppa hin ist. Oh! Hier bin ich! Ich bin eine Wikingerin! Grrrr! Ich bin auch eine Wikingerin! Grrrr! Wikinger! Grrrr! Ich bin auch ein Wikinger! Äh, ich meine ein Wollhaarmammut! Grrrr! 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 Allen macht es Riesenspaß, vor dem Wollhaarmammut wegzurennen. Grrrr! 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 Aber das ganze Gerenne hat alle sehr müde gemacht. Grrrr! 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 Ich denke, es ist Zeit fürs Bett. Suchen wir uns jetzt einen guten Schlafplatz. Grrrr! 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 Am nächsten Morgen kommen viele Besucher ins Museum. Grrrr! Wuff! Guckt ihr mal diese Wikinger an, Opa! Grrrr! 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 Was ist hier los? Das ist keine Wikingerin. Das ist Peppa. Oh je, sieht so aus, als ob wir nicht nur im Museum übernachtet haben. Wir haben sogar verschlafen. Peppa Wutz Geschichten Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich habe dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April. Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja, das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Peppa Wutz Geschichten. Peppa spielt deswegen ein paar Streiche. Gut gemacht, Peppa. Du hast mich richtig erschreckt. Willst du ein paar Streiche mit mir spielen, Papa? Ja, sehr gerne. Ich liebe es, Streiche zu spielen. Spielen wir alle zusammen Streiche. Peppa und ihre Familie werden in der Stadt einige Streiche spielen. Herr Bullo und sein Team arbeiten schwer. Oh, alles klar, Jungs. Wer von euch hat Lust auf ein Stück Kuchen? Ja, ja, ja. Hm, nichts ist besser als ein leckerer, köstlicher Schokoladenkuchen. Der Kuchen war ein aufgeblasener Luftballon mit Glasur obendrauf. Ein Luftballon? In meinem Kuchen? Oh, April, April. Oh, der war gut, Peppa. Dankeschön, Herr Bulle. Tschüss. So, wo ist der richtige Kuchen hin? Dr. Hamster poliert den Panzer von Tittels der Schildkröte. Hm, wo hab ich denn nur mein Panzerputzmittel hingelegt? Hä? Oh, das war ein toller Scherz. Aber wo ist das Gebiss hin? Tiddles gefällt sein neues Gebiss. Oh, ein Rosenkohl muss gerettet werden. Hab keine Angst, mein Kleiner. Ich werde dich... Oh, jetzt werde ich dich... Oh, oder doch nicht? Super Kartoffel ist lustig. Oh, ab dich. Jetzt bist du in Sicherheit. Oh, April. Oh, das war ein super Scherz, Peppa. Und was für ein leckerer Rosenkohl. Peppa machte das Streichespielen viel Spaß. Aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Komm mit, Schorsch. Springen wir in der Schlampfütze herum. Stopp. Tut mir leid, Peppa. Aber du darfst leider nicht mehr in Schlampfützen herumspringen. Zu gefährlich. Aber ich liebe es, in Schlampfützen herumzuspringen. War ja nur Spaß. April, April. Heute ist Mülltag. Deshalb ist Herr Bulle schon früh auf, um überall in der Stadt den Müll einzusammeln. Stopp. Aber Mama und Papa Wutz haben letzte Nacht vergessen, den Müll rauszutragen. Vergessen Sie nicht unseren Müll. Hier ist er. Müll. Gerade noch rechtzeitig. Ah, du hast den Müll in die farbigen Mülltüten sortiert. Perfekt. Wieso haben die Mülltüten eigentlich verschiedene Farben, Herr Bulle? Nun, die rote Tüte mit dem Papiersymbol ist für Papier und Karton. Die blauen Tüten mit dem Dosen-Symbol sind für Metall. Und die grünen Tüten mit dem Flaschen-Symbol... Oh, die sind für Glas. Ganz genau. Weil wir sie jetzt getrennt haben, können wir sie putzen und dann etwas Nagelneues daraus machen. Das nennt man Recycling. Peppa und ihre Familie sind sehr gut im Recyceln. Wow. Ich fahre damit jetzt gleich zum Recyclinghof. Wollt ihr mich begleiten? Ja, bitte. Aber zuerst müssen wir uns anziehen, Peppa. Nachdem sich Peppas Familie angezogen hat, hat ihnen Herr Bulle spezielle Kleidung gegeben. Jetzt seid ihr ein richtiges Recycling-Team. Los geht's. Herr Bulle hat alle zum Recyclinghof gebracht, damit sie dort gemeinsam den Müll recyceln können. Ich trage die Tüten und ihr sagt mir, in welche Tonne der Müll darin gehört, okay? Fangen wir an. Mit der hier. Darauf ist eine grüne Flasche. Also gehört sie in diese grüne Flaschentonne. Sehr schön. Oh, die hier gehört in die blaue Metalltonne da. Genau. Papi. Brillant. Allen macht es großen Spaß, den recycelten Müll zu sortieren. Blechdosen. Blechdosen. Ausflaschen. Zeitungen. Aber Herr Bulle ist nach dem Sortieren des ganzen Mülls richtig müde. Puh, das war's. Tolle Arbeit, Team. Aber etwas haben wir ausgelassen. Muuu. Wirklich? Wo? Es sind keine Recycling-Tüten mehr übrig. Das ist Glas. Das bedeutet also, es kommt in diese Glasflaschentonne. Das gehört nicht zum Recycling-Pepper. Das ist meine Belohnung nach der harten Arbeit heute. Erfrischend. Ja. Ja. ! Ja, 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 ja.